Ein Strunk, der gelbe Elefant Kroketten Jeden Freitag besuchen Claudia, Claudi und Andreas, Andi, die Taverna Bachos, auch genannt der hiesige Grieche, der, seit die Kinder das Restaurant übernommen haben, brummt und aus allen Nähten platzt. Um die Ecke, rechts, links, dreimal lang hingeschlagen, schon sitzt man am original griechischen Bauerntisch. Früher, als sie noch in der gemüteten Doppelhaushälfte im Bliesdorf gewohnt haben, sind sie freitags mit dem Auto ins 11 Kilometer entfernte Lübeck gefahren und im Big Bull Steakhouse eingekehrt. Man hätte auch Öffis nehmen können, zur Bushaltestelle sind es 900 Meter, dann sieben Stationen und zum Big Bull nochmal 600 Meter. Aber wie dann wieder zurückkommen, wenn der letzte Bus bereits um kurz vor 10 geht? Taxi kam nicht in Frage, viel zu teuer. Musste also einer den sauren Apfel beißen und fahren, bedeutete ein 0,3 Bier, höchstens zwei, da lässt man es besser gleich und zackt sich mit alkoholfreiem Weizen durch den Abend. Seinerzeit hießen ihre Best-Friday-Buddies Katrin und Frank. Von den 52 Freitagen des Jahres haben sie um und bei 45 gemeinsam im Big Bull verbracht. Nach dem Umzug nach Lübeck verlümmern sich aus den Augen, aus dem Sinn. Die halbherzigen Versuche, den Kontakt aufrechtzuerhalten, verliefen im Sande und heute gratulieren sie einander noch nicht mal mehr zum Geburtstag. Tja, Zweckbündnisse auf Zeit. Als sie in die Eigentumswohnung an der Lübecker Untertrave gezogen sind, haben sie sich gleich nach einem neuen Stammrestaurant umgeschaut und sind über Irr und Umwege, in Klammern Dacalo Italiener, Lotus Chinese, bei Bacchus gelandet. Herrlich nah, super leckeres Essen mit tollem Preis-Leistungs-Verhältnis und gemütlich wie kein zweiter Grieche im Umkreis von schätzungsweise bis Hamburg. Gemütlichkeit beim Griechen-Kriterium Nr. 1. Was meinst du, häufig da zum Griechen-Kriechen? Bei Dacalo beispielsweise sitzt man statt auf gepolsterten Bänken auf extra harten Stühlen. Und eng ist es. Dem Personal fehlt es an Herzlichkeit. Außerdem wird einem das Gefühl vermittelt, auf irgendeine ungeschriebene Etikette achten zu müssen. Das Lotus ist zwar ganz cozy, aber der Rest, also wirklich. Man kann Claudi und Andi nicht nachsagen, sonderlich hohe Ansprüche zu stellen, aber was in den frittierten Schweinebällchen mit süß-sauerer Soße, dem gebratenen Rindfleisch nach Setuanart Spezial, den gedämpften Hefeklößchen mit Schweinefleisch in Spezialsoße und dem Saté-Barbie-Huhn mit Sojabohnensalat und Erdnusssoße noch alles verarbeitet wird, das will man gar nicht wissen. Nirgendwo jedenfalls sind die Bänke weicher als bei Bacchus. Und es stört auch niemanden, wenn man in Jogging-Klamotten aufschlägt. Was sie gelegentlich sogar machen. Der teuerste Schmaus ist der Mixed-Grill-Filet-Teller Rindlammschwein für 23,90 Euro. Die ganze Woche grübeln sie darüber nach, was sie am Freitag essen. Andreas entscheidet sich fast immer für die Stavros-Platte. Giros, kleines Huftsteg, Sutsukaki. Claudia für die Mikondos-Platte. Ein Soufflagi, zwei Keftedes, ein Stück Leber. Zu allen Grillgerichten werden Kraussalat mit Peperoni und wahrweise Bratkartoffeln oder Pommes gereicht. Oder, gegen zwei Euro Aufpreis, hausgemachte Kroketten. Zwei Euro sind nichts für diese geniale Leckerei. Hm, Kroketten, lecker, locker, kross und würzig. Wie machen die das bloß? Bacchus gleich Kroketten, Gemütlichkeit, Heimeligkeit, Ungezwungenheit, fußläufige Erreichbarkeit. In ihrem letzten Urlaub auf der griechischen Sonneninsel Corfu haben sie Melanie und Oliver kennengelernt. Olli und Melli. Sie haben Ausflüge unternommen, gemeinsam zu Abend gegessen und so weiter. Aber eben eine klassische Urlaubsbekanntschaft, die im richtigen Leben nur selten Bestand hat. Normalerweise hätten sie sich jetzt, sieben Monate später, längst aus den Augen verloren, wenn es da nicht den initialen Aha-Moment gegeben hätte. Wo kommt ihr denn eigentlich her? Lübeck. Echt, wir auch. Und wo da? Früher Kromesse, seit einem Jahr Bäckergrube. Echt, wir Bliesdorf, jetzt Untertravel. Und welche Nummer? 150. Gibt's ja gar nicht. Das sind Luftlinie, keine 500 Meter. Seither treffen sie sich regelmäßig und dann nehmen Fahrradtouren ins benachbarte Umland, treffen sich abends im Lübecker Weinkontor, dem kleinen Winkler oder der Bier- und Weinstube Kogge. Und nachdem das alles so locker, lustig und entspannt zugegangen ist, stehen sie nun endlich auf der Schwelle von der Bekannt-zur-Freundschaft. Quasi als Bewährungsprobe sind sie heute zum ersten Mal in Claudis und Andis Allerheiligsten verabredet. Vertrauensbeweis, Vertrauensvorschuss. Intimer als gemeinsame Silvesterfeiern oder, stell dir mal vor, einen Swinger-Club zu besuchen. Frank und Katrins Vorgänger hießen Björn und Swantje. Björni, Schmörni und Swantje, Schwantje. Und Claudi und Andi und Olli und Melli und Kathi und Matze und Sabi und Franki. Die Ahn-Galerie der Generation X. Gesichter, die aussehen, als hätten sie schon tausend Jahre gelebt. Gleiche Grammatik von Mimik und Posen, reduziert aufs Notwendigste, Kollektivgesichter. Letzte Woche kam Melanie auf die Idee, Claudia anzurufen. Erste Reaktion Claudis, als Mellis Name auf dem Display erschien. Hä? Was soll das denn jetzt? Sie pflegen ausschließlich über Kurz- oder Sprachnachrichten, Modern Talking, zu kommunizieren. Bei Claudi läutete jedenfalls nicht nur das Telefon, sondern schrillten, sämtliche Alarmglocken, denn ein Anruf konnte nur bedeuten, dass etwas Schreckliches, Unfall, Krankheit, Insolvenz, passiert war oder dass Melanie etwas Persönliches, Privates, Intimes auf dem Herzen hat. Talk abseits des Smollen, womit eine unausgesprochene inhaltliche Grenze überschritten worden wäre. Zum Glück hatte Melanie aber lediglich vergessen, wie der Zahnarzt heißt, den Claudia ihr empfohlen hatte und kurz entschlossen zum Hörer gegriffen. Seltsam verspannt verlief der kurze Plausch. Naja, einmal und nie wieder. Um sieben schlagen Melanie und Oliver bei Claudia und Andreas auf. Vorglühen leid, der Tisch ist auf acht reserviert. Wenn man beim Griechen reservieren muss, dann kann der ja nur gut sein, meint Andi. Die Frauen teilen sich eine Flasche Razzina, die Männer süffeln die regionale Bierspezialität Lückbier. Claim, Lück muss man haben. Claudia erläutert quasi zur Einstimmung lang und breit die Vorzüge des hiesigen Griechen. Wieso kennen Melanie und Oliver den eigentlich nicht? Oliver sieht schlecht aus, abgespannt, fahl, kränklich. Schlechter als beim letzten Mal und sehr viel schlechter als vor einem halben Jahr in Korfu, als er von gleichmäßiger Sonnenbräune überzogen, einen fröhlichen, freundlichen und vitalen Eindruck vermittelte. Vor allem mit den Zähnen stimmt was nicht, die eh schon zu großen Hauer Grau ohne Schmelz, brüchig spröde, so durchscheint, dass sie fast gelblich wirken. Wenn die Zähne im Arsch sind, ist der Rest auch egal. Außerdem wirkt er irgendwie starr, mit zusammengekniffenem Mund, dem angespannten Blick. Und dann der Bart. Wenn ein Mann keinen vernünftigen Bartwuchs vorweisen kann, sollte er sich täglich rasieren. Mensch, Olli! Sein ehemals rotes Schnurrbärtchen, nur eine Schlierer über der Oberlippe, hat die Farbe eines angelaufenen Apfelschnitzes angenommen. Olli ist Elektrotechnik-Ingenieur bei der DEKRA. Ein Job, der Frauen Augen auch nicht gerade zum Leuchten bringt. Olli, man muss es leider so sagen, ist ein Ladenhüter, ein Schussel, einer, der außerhalb seiner beruflichen Tätigkeit dauernd alles falsch macht. Sein Hemd verkehrt rumzuknöpft, an der falschen Haltestelle aus dem Bus steigt, schnell Opfer von Demütigung wird, aus unerfindlichen Gründen Demütigung geradezu provoziert. Er ist beim zweiten Bier und erzählt wieder mal irgendeinen witzigen Scheiß. Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's. Wie nennt man einen Spanier ohne Auto? Carlos. Was heißt VW Golf? Völlig wertloser Gegenstand ohne logische Funktion. Allen Ernstes. Dann verkündet er ohne Übergang, Melly werde immer wieder Ähnlichkeit mit Jennifer Aniston nachgesagt. Aha. Andi und Claudi denken ungefähr das Gleiche, nämlich, dass Melanie weder Jennifer Aniston noch einer anderen Schauspielerin ähnlich schaut, zumindest keiner, die man kennt. Nun denn, nun ja. Aus 12 mal 60 Sekunden Fußweg werden bei der Saukälte endlose 12 Minuten Gewaltmarsch. Es ist einer dieser zermürbenden, sich endlos ziehenden Winter, da jeder Tag ein trostloser Wiedergänger des vorherigen wird. Die Kälte liegt wie ein eisiges Sargtuch auf ganz Schleswig-Holstein. Eisregen grau, wie ein toter See, fällt wie in Zeitlupe herab und hat die Gegend, eine Gegend der Antichtrödelshops und Brillenläden, mit einer kristallinen Kruste überzogen. Zum Glück stehen sie irgendwann doch vor dem Bachhaus. Wie immer werden sie ganz, ganz herzlich von Phileas und seiner Schwester Athena begrüßt. Da, euer Platz, Stammtisch, freigeräumt, entkrümelt, mit frischem Besteck versehen. Phileas prägt sich Infos, Details, Vorlieben seiner Gäste ein. Der Mann ist Gold wert. Auch ein Unterschied zu Dacalo. Die blöden Trottel, da merken sich nämlich nie etwas. Die Auslegeware im Bachhaus hat ein unruhiges, fleckenkaschierendes Muster. Die Tapeten schwitzen von den tausenden Tonnen Giros und Pommes und Lebern und Tziki, die die Gäste im Laufe der Zeit ausgeatmet und gedünstet haben. Sie stecken Teppiche, Tapeten, kontaminiert vom feuchten Knoblaucharten der Menschen und vom hechelnden, stinkenden Fleischfresserarten der vielen Hunde, die in der Taverne ein- und ausgehen. Denn Hunde sind im Bachhaus willkommen. Dogs are welcome. Motorradfahrer auch. Bikers welcome. Und Truckers, you are welcome. Zu guter Letzt Wohnmobile willkommen. Eigentlich sind alle willkommen. Das ist ja das Schöne. Der prächtig gelaunte Phileas stellt den Hunden immer lieb Wassernäpfe hin. Er hat sie in S-, M- und XL vorrätig. Heute sind da fünf Vierbeiner zu Gast. Zwei Malteser-Schmetterlingshündchen oder Affenpinscher oder kleinviehartige Fußtröten. Dann ein Riesenbiest, so groß, dass es Kindern bis zehn Jahre die Hände abbeißen könnte. Ein zerrupftes, flachköpfiges, an mehreren Stellen gelb-rötlich verfärbtes Exemplar mit riesigen Fledermausohren und gelben Augen und schließlich ein steifbeiniges, arthritisches Häuflein, das auf dem Boden liegen, die Vorderpfoten zusammengelegt hat, wie Menschen die Hände beim Beten. Bellen, Knurren, Hecheln, Schlabbern, Nägel klickern. Die Geister, die man ruft. Big Dog Happy Hour. Claudio und Andi sind tierlieb und stören sich nicht daran. Da sie selbst keine Haustiere besitzen, genießen sie das freitägliche Bad in der Hundemenge. Wie fast jeden Abend kauer Dimitri, Vater von Athena und Phileas, am Tresen. Er hängt seinen Gedanken nach, statt vor sich hin, liest in der griechischen Tageszeitung Katimerini. Mit dem schlohweißen, gewählten Haar und dem Rauschebart sieht er aus wie der liebe Gott im Kinderbuch. Haarbüschel verstopfen auf seine Ohren wie Watte. Gelegentlich hebt er den an Innenleben reichen Bad, riecht daran und lässt ihn wieder fallen. Der Bad den auch als Stoßdämpfer. Dimitri nickt häufiger mal ein. Der Bad dämpft den Aufprall seines Kopfes auf dem Tresen. Wo bleiben denn die Speisekarten? 40 Sekunden sind vergangen und Karten sind ebenso Fehlanzeige wie Brot und Welcome Uso aufs Haus. Geht's dem Bachhaus so gut, ist jetzt der Schlendrian eingezogen. Auch Stammgästen werden schnell Gelegenheitsgäste, aus denen dann, ehe man sich versieht, ganz Wegbleibergäste werden. Hallo? In Andis Tonfall liegt etwas Eingeschnürtes, es klingt nach unterdrückter Wut. Phileas, der einen siebten Sinn für unzufriedene Gäste hat, kommt angesportelt. Vier Speisekarten und vier Brotkörbe in den großen, weichen Händen. Hier, bitteschön, Entschuldigung, ist heute viel los und der Koch ist krank. Ich bin froh, dass ich eine Haushilfe gefunden habe. Krank, Haushilfe, der hasse ich doch nicht mehr alle, denkt Andreas. Klingt nach reinrassiger Ausrede. Und was heißt hier viel los? Hier ist augenscheinlich nicht mehr los als sonst, eher weniger. Lügen haben kurze Beine, im Bachhaus wie überall. Aber er hat weder Lust noch Kraft, sich aufzuregen und beschließt, Gnade vor Recht ergehen zu lassen. Blätter, Blätter, überflüssig die Blätterei, er weiß ja, was er will. Also leistet er den künftigen Freunden Hilfestellung. Moussaka kann ich empfehlen und Shifado und fast alle Mixgrillplatten. Nur vom Lammteller würde ich die Finger lassen. Und Folienkartoffel haben die auch nicht so drauf. Dann, big fat hot breaking news, Melanie ist Vegetarierin. Wie bitte echt? Ja. Wie lange denn schon seit immer? Nee, seit dem 3.12. erst. Und wie ist es? Kein Problem, vielleicht hat er es gedacht. Echt? Echt? Ach. Die wird auch irgendwann wieder normal, denkt Andreas, allen Ernstes. Am holsten Tor kommen Gender-MeToo-Veganismus-Diskurse oft erst mit 2, 3, manchmal 5 Jahren Verspätung an. Und fragt Melanie in einem seltsamen, triumphierenden Ton, was sie dann dann überhaupt essen könne. Beim Griechen mit der traditionell fleischlastigen Küche. Pfiffige Antwort? Vorspeisen. Beim Spanier würde sie Tapas bevorzugen. Viele kleine Sachen anstatt einer großen. Und die Vorspeisen-Auswahl sei auch in der griechischen Küche riesig. Bauernsalat, Blätterteichhäppchen, gefüllte Weinblätter, gebackene Champignons, Tapenade, Oliven und Peperoni, gebackener und eingelegter Schafskäse und, unaussprachlich aber lecker, in Klammern Zucchini-Bärchen mit Joghurt-Dipp. Und natürlich Sanziki, so vielfältig wie das Land, so abwechslungsreich die Orektika, also Vorspeisen. Ach so, ja. Oliver, der normal isst und isst, folgt Andis Empfehlung und entscheidet sich für die 42a, Stabfrausplatte. Claudi und Andi, bei denen es gestern Königsberger Klopse, vorgestern und vorvorgestern Bolognese und vorvorvorgestern falschen Hasen gegeben hat, die also eine ausgesprochene Hackwoche hinter sich haben, entscheiden sich für gegrillte Mix-Fischplatte für zwei Personen. Kalamari, Garnele, Seezunge, Salat, Sanziki-Reis, zwei Soßen, rot scharf und weiß mild. Beide hausgemacht. Und natürlich Kroketten, auf die sie sich heute ganz besonders freuen. Artina nimmt die Bestellung auf. Ja gut, 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 nein, leider. Wie, nein, leider. Kroketten sind aus, tut mir leid. Wie aus? Andreas und Claudia fällt alles aus dem Gesicht. Artina könnte jetzt wahlsgemäß sagen, dass der Ausschusskoch zu wenig eingekauft hat. Rausgemacht sind die nämlich nicht, aber pssch. Sie tut aber so, als habe sich die Köstlichkeit derartiger Beliebtheit erfreut, dass sie ausgegangen sei. Wie bitte jetzt schon, noch vor Ende der Tagesschau, denkt Andreas. Sorry, tut mir wirklich leid, aber dafür gibt es zum Expo... Wie bitte jetzt schon, noch vor Ende der Tagesschau, noch vor Ende der Tagesschau, noch vor Ende der Tagesschau.